Leute ein herzlich willkommen zum neuen vlog auf alles alex. Neuer Arbeitstag steht an, ich bin am Bahnhof und total müde obwohl ich trotz dass ich jemanden abgeholt habe recht früh ins Bett bin aber irgendwie ja gut habe ich gesagt ich bin müde ja gut das habe ich alter ich habe gerade fast Hauptbahnhof wieder verschlafen Junge Junge was ist heute wieder los ich habe jetzt mal meine Kamera auf manuell gestellt weil normal mache ich immer den Auto Hybrid Modus weil ich da weiter rein zoomen kann jetzt im Hintergrund hier schön hell Licht geil ist immer gut gegen das Licht zu filmen man kennt ihn aber ich habe schon gemerkt der Autofokus reagiert da schneller im manuellen Modus aber gut ich habe keine Ahnung ob man jetzt wirklich einen Unterschied erkennt oder nicht so gleich auf Arbeit dann geht's los mal gucken ob es heute auch wieder kalt ist oder ob die Heizung jetzt durchgehend funktioniert sie hat ja zwischendrin gestern wieder funktioniert bis abends aber man weiß ja nicht also Kollege sitzt nicht in Winterklamotten da also in der Winterjacke also heiß dass die Heizung dürfte funktionieren möchte gern Telekom Mitarbeiter tipp 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 Junge tipp jawohl fett auf mit der Exposie ist da Kollege holt gerade drin das Essen ich mache hier draußen ein Raucherpäuschen und auch Sonne haben wir ein richtig edles Gerät uns heute geholt als gleiche geil und natürlich Salat man kennt ihn tschüss Essen war gut oder war gut ja ja super das war super sagt er er hat gestern übrigens geheiratet hast du den Glückwunsch Dankeschön es war aber nur standesamtlich und richtige Hochzeit kommt scheinbar noch da sind wir dann auch eingeladen sagt er aber man weiß es nicht hier nicht ach so okay alles klar ja heute geht der Arbeitstag mal wieder ein bisschen länger wir haben 19 uhr 8 geil war noch ein bisschen was los heute Abend aber naja jetzt kommt halt auch mal vor und jetzt machen wir Abschluss und dann ab nach Hause aber morgen halt wieder ran und so okay heute brauche ich noch ein bisschen Shampoo das heißt ich werde noch eine Runde reinkommen okay jetzt habe ich vergessen Klopapier zu holen also noch mal zurück ja aber gut dass es mir noch eingefallen ist bevor ich irgendwie auf der Hälfte war weil dann hätte ich mir überlegen müssen laufe ich jetzt noch mal runter oder laufe ich heim kratz und fahr dann runter aber das kratzen nimmt auch Zeit in Anspruch und ist nervig ja gott sei dank jetzt geht's ab mal hause also hier sind ja übrigens da zwei packungen habe ich mir heute mal gegönnt dachte mir auch ja gönnt sich ja sonst nix gehör gut also verabschiede mich aber an der Stelle aus dem Vlog und sagt wie immer wenn es euch gefallen hat ihr wirst positive Werdung freut mich in dem Sinne haut rein bis zum nächsten Vlog